Hallo liebe Brautpaare, ich grüße euch heute hier aus Aschaffenburg und zwar im Schloss Weiler in Bessenbach. Ja, das ist mal eine richtige Winterhochzeit. Ihr seht, ich habe die dicke Jacke an und ja, richtig kalt und der Atem gefriert sozusagen. Aber die Location will ich euch natürlich nicht vorenthalten, in der ich heute Abend auflegen werde. Und ihr seht es vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund. Schaut euch mal diese tollen, vielen Lichter an. Das ist doch der Hammer, oder? Und ja, hier sind das ganze Jahr über auf jeden Fall Hochzeiten. Um die 100 Personen passen hier herein. Das Schloss Weiler ist nebendran sozusagen und dann haben sie so eine kleine Location gebaut, in der dann die Hochzeiten stattfinden. Und ja, ich würde sagen, kommt mit, los geht's zur Hochzeit. Und ja, ich würde sagen, kommt mit, los geht's. Und ja, ich würde sagen, kommt mit, los geht's. Und ja, ich würde sagen, kommt mit, los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017